Heiho und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Wolf auf der Schul-Map, auf der wir schon ewig nicht mehr waren, aber die immer noch viel zu groß ist. Wir werden sehen, es gibt neue Updates, ich bin gespannt, was sich so verändert hat. Und ja, dann let's go! Hallo zu mir und willkommen hier zu einer brandneuen Folge von Minecraft Wolf im Jahr 2019 jetzt schon. Also froh es noch, ich habe, falls ihr noch kein Video gesehen habt von mir. Ja, und Topsis. Ey, Topsis, was machst du? Leute, willkommen hier zurück zu Minecraft Wolf, die Serie mit den vier besten Wölfen und Schafen. Oh, alle sterben gleich. Mit dabei ist der Tops wieder, der gute alte Typ hier mit den Augen, die richtig komisch aussehen. Mit dabei ist der Julian, der sattigste Kaktus der ganzen Welt. Und mit dabei ist, wer noch hier dabei? Let's Kill Elder? Let's Kill Elder ist der Name. Okay, Leute, das ist ein anderer Account von Ronja, weil ich glaube, der Haupt-Account wurde gehackt oder so. Ja. Ja, deswegen ist er jetzt ein anderer Account, nicht von der. Ich darf den für eine Freund benutzen. No, mei, auf geht's. Wir sind heute mal wieder auf der, auf der Schul-Map, hier haben wir schon ewig lang nicht mehr. Und ich dachte mir, ich komme ein bisschen abwechslung, muss auch mal sein in Minecraft Wolf hier. Minecraft Wolf, die Wolf. Minecraft Wolf Golf. Oh, ja, jedenfalls Leute, wir haben ein saftiges Update hier am Item Shop. Es gibt uns hier im Shop hier nämlich eine, was ist hier neu? Ich bin schon wieder nur Holzschwerte, das ist doch verrückt. Es gibt eine Logrüstung, die bringt huge, huge increased speed, also ultra schnell. Es gibt einen Schmutzstein, halt ihn in der Hand und du bist vor Projektin geschützt. Der heißt Schutzstein, oder? Nicht Schmutzstein. Was? Achso, Schutzloch. Ein schmutziges Stein gibt's hier. Ja. Ja, und es gibt noch neue Items als Wolf, also Tops, also Tops für dich, es gibt auch für dich ein paar neue Items. Spaß. Was gibt's hier an Wolf-Items? Es gibt, glaub ich, ne Wizard-Klinge, es gibt hier, äh, es gibt ein Items als Wolf, wenn du das kaufst, du hast 40 Gold, 40 Emerald und 40 Rubine. Weg von mir, weg von mir. Dann sterben alle, alle vier Spieler. Ja. Also, ungefähr. Ne, keine Ahnung, aber... Da stirbst du instant. Ja, ey, gern, und wir haben einen neuen Bug hier rausgefunden. Ja, Mac, juhu. Wir haben hier übrigens, äh, Ronja, mach mal, äh, slash name halt, ja. Oh, ja. Es gibt einen Bug hier, wenn du auf ein Eisengitter drauf trittst, dann stirbst du automatisch und niemand weiß warum. Das ist... Tops, Tops, Mutprobe, okay. Okay, wir laufen auf Eisengitter. Ich zähle auch. Ich zähle auch. Ja, Tops, genau. Das zähle auch. Das ist ein, äh, das war nur bei mir, nur bei mir und bei Julian. Ja, 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 ja. Das war ja, das war kein richtiger Bug. Ja, das ist nur in Österreich, das ist ein österreichisches Ding, das zähle ich nicht. Also, ich würde auch drauf gehen, aber ich bin grad nicht in der Nähe. Hey, komm mal, komm mal zum Pool, äh, bei mir ist Julian gerade, äh, und aktiviert mal. Leute, ihr habt so Eis weggeschnappt hier schon? Ist überhaupt nichts hier oben, das ist ja voll frustrierend. Haas, jau mei. Leute, jedenfalls, Wolf feiert ja übelst hart in letzter Zeit, deswegen, es kommt ab und vor zweimal die Woche, jeden Samstag und jeden Mittwoch, kommt Wolf, äh, solange bis, oh, oh ja, wir Bock haben, was anders zu machen, ha, äh, oder ein neues Minigame irgendwie haben, aber, ja, jetzt... Also, im Prinzip haben wir keine Idee, was wir sonst machen sollen, deswegen machen wir jetzt einfach, wir haben ein paar Sachen geplant, aber für die Erste, äh, einfach mal, um ein bisschen saftiges Jahr zu starten, machen wir Wolf, ja? Boi, äh, Leute, real talk jetzt mal, okay? Okay, also, ich bin nicht Wolf, also, du kannst nur einer von euch drei sein, aber ich hab grad ein schickes Schwert. Ja, es ist nur, weil ich, äh, meinem Namen... Ja, es ist, äh, okay, okay, Ronja, gib mir einen Grund. Ronja hat jeden hier einen Namen, Ronja kill ihn an dem Sieg, der Wolf. Oh, Ronja, ey, 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 let's kill Elder, äh, das heißt, sie will jemanden killen, let's kill Elder. Aber ich will, ich will Elder killen, keine Schafe. Ich will Elder Scrolls killen. Was? Elder will, Elder ist ein Schaf, ja. Ist Elder nicht irgendwie die Prinzessin von, äh, Frozen? Nein, Elder. So. Vier Minuten, das wäre ja auch immer Wolf, ist ein sehr schlechter Wolf, okay? Ein schlechter Wolf. Weißt du, wie ihr müsst wissen, Flo redet sich grad selber schlecht, weil er der Wolf ist. Nö, bin ich nicht. Ey, wenn ich Wolf werde, ich hätte euch schon... Bam, 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 bam. Wo soll ich eigentlich, also, so, wenn wir die Schafen? Ich bin in der Turnhalle und ich habe keine Angst, das öffentlich in den Raum zu werfen. Okay, ich bin auf dem Dach und ich habe Angst, hier runter zu springen. Das gebe ich auch öffentlich zu. Ja, aber ich bin auf dem Dach, weil ich sie gerade Leute sucht. Ja. Ja, richtig. Ja, genau deswegen. Genau deswegen bin ich auf dem Dach. Okay, ohl, ich habe Vollerlo. Nein, ohl, ich wäre fast stuck gewesen hier schon. Finde ich nicht, was mir das bringt. Ja, Leute. Was für ein Geschenk? Ohhhh! Jomai! Äh, was sind so eure Jahresvorsätze mal so offen gesagt hier? Weil wie gab's die erste Runde voll für dieses Jahr? Oh, ich hab eigentlich nicht so wirklich Vorsätze. Ich bin... Dein Jahresvorrat! Jomai, der Tobias, man kennt ihn! Ähm, lol! Habt ihr richtig Vorsätze? Seid ihr... Seid ihr da ambitioniert? Ja. Tops und Jahresvorrat sind wirklich Zielsteiner. Ja, genau. Ähm... Ey, wo seid ihr denn jetzt? Einer hat... Ich seh... Ich hab mal keine Rüstung durch, der ist noch geschenkt. Ich hab mich selbst beschenkt. Tobias! Man beschenkt sich selber. Man beschenkt sich der Mitspieler. Warte mal. Du hast nur einen Helm? Ey, komm mal zu mir bitte! Wer ist das? Ey, wer ist gerade bei den Quarztreppen? Wer ist das? Niemand. Wir sind gerade zu dritt in einem Raum. Zu dritt in einem Raum. Oh-oh. Oh-oh. Ich wüsste was heißt, dass... Das heißt, dass Ronja Wolf ist. Nö? Wieso? Ja, wenn hier jemand Stress macht, dann fang ich jetzt auch an rumzuschlagen. Möchte ich nur mal anmerken. Ich hab grad Zug zu dir. Oh-oh. Ich glaub nämlich, dass Tops Wolf ist. Der entfernt sich hier nämlich von der Gruppe. Ja, du. Geh weg, Ronja. Ich... Ich greif dich gleich an. Ich mein's ernst. Ne! Ja, hab ich gerade angekündigt. Ja, du greifst mich an. Ja, wow. Weißt du? Hä? Ey, by the way, wir haben eine neue Rolle. Wir haben jetzt richtig Rondorf, gell? Ja. Ronja, geh weg. Rosh. Versteck mich euch hinterm Sofa, hm? Hast du Brotus mit Katzen, gell? Nein, keine. Ich hab das Gefühl, Tops... Tops hält sich verdächtig. Ich würd einfach... Ey, Leute! Jungs und Mädels die Rundenzeit. Oh! Oh! Ich hab Rollengrößtum. Äh... Ich laber, Ronja läuft mir hinterher immer noch. Oh mein! Ich hab Angst vor Tops. Wo sind eigentlich der Rest von euch, damit ich mal zu euch fliegen kann. Weg von Tops. Ich hab grad mit ner halben Jahr überlebt, weil ich vom Bach gefallen bin. Oh, du bist immer noch Ronja, ne? Was ist das? Beobacht Ronja immer noch. Ja, junger, ich kauf mir jetzt den Schmutzstein. Oh! Es ist Ronja! Ah! Der Schmutzstein macht gar nix! Der Schmutzstein heißt das! Und der Schmutz verprojektieren! Nicht verschlägen! Wieso, wieso bist du so schnell, Flo? Oh mein Gott. Warum, Flo? Ja, ich hab Ronja gekillt. Ah, der Wolf war, let's kill it! Ich hab grad vor Schwung meinen Schreibtisch voll nach hinten geschoben. Oh mein! Auf geht's! Ey, warum bin ich nie Wolf? Ich hasse das! Oh nein, ich länge! Was mach ich? Wieso sch... Egal! Ich hab irgendeinen Bank! Auf ebay kleinanzeigen reinstecken! Was? Ronja hat nen Backstein wahrscheinlich. Ich glaube jetzt... Entweder tobst oder Julian! Entweder tobst oder Julian, glaub ich! Ich glaub, es ist Flo und versucht von sich abzulenken! Nein, ich find's nicht! Ich find's nicht! Ich bin wirklich... Ich wär wirklich gern Wolf grad! Wenn ich jetzt Wolf wär, dann wär Ronja die nächste Minute tot. Aber wisst ihr was? Wir haben mal grad Wolf, jetzt bestimmt ein schlechter Wolf, zögel wieder bis das letzte Minute in Haus, kriegt dann Panik und stirbt. Wieso bin ich jetzt auf den Stuhl gestiegen? Das war ja nicht weibzig! Nichts! Ich hab grad jede Runde Wolf von Tobst aufsummiert! Äh was? Nein! Eigentlich nicht, nein! Doch! Jede Runde Wolf von dir ist so... Du zögelst immer 6 Minuten raus, dann am Ende kriegst du Panik und dann versuchst ihn zu töten, aber fällst! Ey, nein! Aber ich hab das schon öfters geschafft, dass ich euch geslötet habe. Also ist das eine... Kappa! Jo mal! Ey, auf geht's! Tops, wolltest du dich jetzt vorher als Neuesitze haben, ein bisschen weniger zu lügen? Ja wirklich, Tops! Solltest du dich mal ein bisschen mehr an dich selbst halten, ja? Wolltest du dich dieses Jahr nicht ein bisschen öfters waschen? Tops, wolltest du dich hier mal ein bisschen schminken? Schmücken? Schmücken! 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 Okay Leute, herzlich willkommen zurück zu Tops Beauty Palace! Tops Beauty Palace! Ey Julian, schau mal, schau mal! Julian, schau mal, was hier eingebaut ist! Jetzt gibt es dort, wo du dich mal versteck... Ich hab hier echt kein Money! Warte mal, was ist hier... Das ist nicht richtig! Äh, versteckt, nicht verstocken! Äh, Juli, da ist jetzt ein Schild, gell? Da steht verstecken, verstecken verboten oder verstocken... Was? Achso, ja, ich versteck... Ja, ja! Ich habe kein Geld... Ah, Story auf ein Schaf! Ronja ist scharf, glaub ich! Also das heißt, es ist Tobias! Oh mein Gott! Irgendjemand hat grad aktiviert! Ich war's nicht! Ich hab nichts gemacht! Ich war... Wir haben grad grad das Pool aktiviert! Hier ist grad so... Nein! Nein! Wieso... Wieso sollte ich mich denn selber einsperren? Das geht gar nicht! Aha! Wie ist ein Eisblock beim Pool? Hä? Warum? Keine Ahnung! Oh! Ey! Vielleicht ist Tobias ein Wolf! Aha! Interessant, interessant! Gute Theorie! Julian lootet die ganze Zeit die Kisten vor mir weg! Es macht mich wütend! So sinnfrei! Wer immer Wolf ist! Wer immer Wolf ist! Ihr macht grad den selben Viertel, den ich hab beschrieben hab! Ihr zögert raus bis auf die eine letzte Sekunde! Und kriegt ihr nichts gebacken! Ja! Ich hab's grad wieder... Mal wieder geschafft hier! Auf geht's! Ey! Könnt ihr wenigstens mal eine spannende Runde machen hier! Ja, Flo! Weißt du was ich kaufen kann! Du bist wahrscheinlich Wolf! Ich bin nicht Wolf! Ich würde mir selber widersprechen über dich Wolf! Ja klar! Nein würdest du nicht! Leute schaut hier! Ich tut mal Tee! Alles ist leer! Was ist leer? Alle Kisten die ich finde sind leer! Ja ist mit mir aber auch so! Ähm noch vier Minuten! Also Leute! Oh! Tester ist inaktiv! Tester ist inaktiv! Tester ist inaktiv! Tester ist inaktiv! Okay! Wie hättest du schon wieder die Kisten gelootet alle? Oh nein hier ist du nicht! Hast du mich! Ey wo ist eigentlich denn? Ich find' nicht! Ich find' nicht mal jemanden! Ich bin beim Raum wo man Sachen lernt und so! Ach beim Raum wo man Sachen lernt! In der Schule! Was ist denn in? Das ist äh! Und das Nachts! Ne warte! Und das Tags! Was? Das Nachts! Nein ich kenn das nicht! Nein das ist wieder so ein Spongebob Insider und Ronja ist ein Blab bei die kleinen Spongebob Guckt und so! Wird sie aus den Holtenstadt bekommen! Aber ist das nicht? Also das wissen wir doch alle schon dass ich keinen Spongebob geguckt hab! Ja aber trotzdem! Es ist einfach weiß ich nicht! Spongebob ist einfach Kultur! Weltkultur! Oder so! Es ist Tops! 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 Wow! Nein! Okay! Ja! Julian gehen wir dann Tops töten? Nein das war ein richtig schlechter Fake! Das ist wirklich Tops! Wo ist Tops denn? Tops wo bist du? Lass mich in Ruhe! Geht weg! Tops wo bist du? Ja du bist der Wolf! Offensichtlich! Warte nicht! Warte nicht! Was wirklich Tops der Wolf ist! Hä? Wenn Dings... Hä? Wenn Flo tot ist! Es ist Flo! Es ist Flo! Falls wir Flo sehen können wir ja immer noch Flo töten! Aber ansonsten würde ich ja immer mal sagen töten wir Tops oder? Ja aber ihr töten mich dann auch im Prinzip! Wartet mal! Wir können ja warten... Nein die Chance! Nein wir warten nicht! Wir können ja eigentlich warten bis der Wolf sich zeigt! Der Zwölf muss ja euch töten! Ja du! Ja du versteckst dich immer doch Flo gerade gesagt! Ja wenn ich... Ja aber das ergibt doch gar kein Ziel mehr! Tops jetzt hört auf dich zu verstecken und sag uns wo du bist! Nein ich sag euch nicht wo ich bin! Ah Tobias! Ist ja doch nicht so ein Lameo! Ist ja doch nicht so ein Langweiler! Wenn ihr wieder die Hetzjagd auf mich macht muss ich mich wieder erstmal Dingsumster... Nein musst du nicht! Du kannst ja auch in offenen Kampf treten! Ey ich bin angelassen! Unsichtbar! Unsichtbar! Ah! Jörn! 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 Es ist ein oder? Irgendwann ist direkt neben dir im Raum! Ich bin geheimgang! Was? Wieso? Wieso ist das passiert? Ich seh niemanden! Ganz ganz! Mit dem Fenster ist ein Knopf! Ich seh niemanden der das gemacht hat! Ja komm ran! Ich steh vor! Ich bin am Anfang! Wo seid ihr? Ich bin beim Wolf Tester! Komm mal bitte irgendwie zu mir! Ich hab Angst! Ich hab noch einen Wiederbeleber! Ich hab noch einen Wiederbeleber! Ich kann... Aktivieren nicht! Aktivieren nicht! Aktivieren nicht! Aktivieren nicht den Wiederbeleber! Wir sind jetzt in einem Geheimgang drin! Keine Ahnung wo wir hier... Ah da war der kurz! Oh sorry! Aua! Sag mal bitte wo! Ich hab... Ich will sowas gar nicht dehnt! Wo der Tischtennis ist! Wo der Tischtennis ist! Ich hab Tischtennis! Ich bin vergiftet! Hä? Hä? Ich bin vergiftet irgendwie! Ich war's nicht! Du warst gesehen! Ich war's nicht! Hä? Es ist definitiv los! Nimm das! Weil ich stirb! Nimm ihn! Ein halbes Herz! Jörn! 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 Lass uns doch verstecken mal! Warte! Ja lass uns mal hier verschwinden! Wo bist du Ronja? Ich bin beim Schwimmbad! Wo seid ihr? Jörn! Lass uns mal Ronddorf abholen! Aber ich hab ein halbes Herz! Ich hab ein halbes Herz! Dann bleib du da wo du bist! Ich werd Ronddorf abholen! Wo bist du denn? Also ich bin hier beim Spielplatz! Oh! Angerroffen! Angerroffen! Wo ist er denn? Ich bin da! Los! Schieß einfach! Schieß in die Luft! Ah! Nein! Nicht auf mich! Nicht auf mich! Nein! Wo ist denn die Person, die auf einen schießt? Nein! 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 Weißt du das nicht warst? Hör auf! Ronja! Es ist Ronja! Ich glaub das ist Ronja! Ah! Was? Dank! Warum? Jo mei! Der Wolf ist raus aus der... Was kam die auf der Wolf? Jo mei! Also ich bin diesmal nicht tatsächlich der Wolf! Ey, sind wir jetzt eigentlich hier so ein Chorquartett oder was macht ihr grad? Warum singen die grad? Ey, wir brauchen einen Titel-Lied! Wir brauchen einen Minecraft-Wolf-Titel-Lied Leute! Okay! Ihr könnt Bewerbungen einsenden! Okay! Ich mach... Und äh... Was? Oh Gott! Alles klar! Ich hab gutes Training! Ich war gestern bei Karauke! Ey, Juli, hast du Eis geklaut hier grad? Ah! Flora, wo kamst du denn her? Ey, hier war Eis! Irgendwann... Du bist grad einfach vor mir, vor der Deckel gefallen! Ey, Ronja, geht den Shop jetzt wieder? Ja! Jaja! Juli! Ey, was was Juli macht? Der geht alle... 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 Drei Geheimgänge, wo guter Loot ist, ab und klaut uns allen Loot ins Krim. Ja, die ist ja ständig Juli vor mir rumwuseln und dann sind die Kisten einfach alle leer! Ja! Für eine Sekunde! Wow! Wow! Everything is awesome! Jo, Mai! Was ist das hier? Lehrerzimmer! Oh! Lehrerzimmer, ey! Wolltest du schon immer mal Lehrer werden? Und wenn nicht, warum nicht? Also an sich stelle ich mir das witzig vor, also ich könnte den Leuten so ein Mist beibringen, also ohne Witz, ich könnte den irgendwie die ganze Zeit irgendeinen... Du, so, so richtig dummes... Hab ich's gehört? Ja, was? Hä? Ich hab's nicht gehört, gell? Was denn? Ich hab was richtig dummes gemacht. Was hast du denn gemacht? Gar nix! Hast du wieder... hast du schon wieder gepupst? Nein! Nein, 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 nein! Das Auslösung weiß man nicht Spaß! Hab ich nicht! Die Leute können ja gerne meine Erfolge anschauen! Spaß! Juli, komm her, hier! Hä? Take it! Ich bin hier... Ja, ich bin hier grad in der Umkleide drinne... Äh... Keine Details, sonst will keiner wissen! Wow, danke! Ähm... Ich weiß gar... Hier gibt's kaum Kisten in dem Schwimmbad, oder? Da kommt mir das nur so vor... Oh mein Gott! Hat sich Flo selber umgebracht? Ich glaub, Flo ist auch falsch. Das ist ein klein Kratzer, oder? Flo, hallo? War irgendjemand von euch in der Nähe von Flo? Flo... Ich bin hier! Ja, Flo, tutst du... Es ist noch kein Schrei gekommen, oder? Doch! Echt? Instant! Zusammen mit Flo... Ah! Ja, ja... Ich hab gar nichts... Ich hasse Enderperlen! Der Klassiker! Die Enderperle! Ey, Flo macht den Wolf richtig einfach, ey! Ja, dir! Also, ich bin nämlich kein Wolf! Ja, wow! Ja, Ronja, genau! Du bist kein Wolf! Bin ich nicht! Ne, die letzten zwei Runden war ich Wolf! Aber jetzt bin ich kein Wolf! Ich glaub dem nicht! Du sagst das immer, aber dann bist du es am Ende doch! Und vorhin hab ich gedacht, dass du es wirklich nicht bist! Also, ich hätte jetzt nicht damit... Hä? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Ich hätte es selber... Also, das war... Das war eine weirde Runde! Es war einfach... Ich hätte mir selber geglaubt! Nein, ich hätte mir selber geglaubt! Weil es einfach auch so eine Sache war, von wegen... Das macht gar keinen Sinn, dass ich... Weißt du? Dass ich angegriffen wurde und so... Ah, ich bin angegriffen! Schon wieder! Wieso? Wieso? Von was? Irgendwas hin? Hä? 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 Joma, eine neue Runde! Neues Glück! Alte Runde! Kein Glück! Joma! Ich hab schon gar kein Glück, wenn ich nur schaffe! Ey! Wir brauchen mehr Klassen! Loll! Du bist auch richtig Rondolf! Sei schreckhaft! Schrei laut! Oh Gott! Guck mal, ich kann nicht machen! Warte, das hört man ja echt laut! Warte, der Rentner! Ach, der aggressiver Tobias neben dir rum! Oh Gott! Ach, der aggressiver Tobias! Was? Was? Lol! Ey, lass dich mal killen! Alter! Wir haben eine neue Klasse jetzt, wie gesagt! Wir haben richtig Rondolf! Du bist auch richtig Rondolf! Sei schreckhaft und schrei laut! Hast du irgendwelche extra Items? Oder... Nein, das ist im Chat! Ich kann da drücken! Guck mal, so! Oh Gott! Schön! Da kommt ja Freude auf! Ey, das war für die, die es nicht wissen, von der, äh... Folge, ähm... Wie war das? 100%... Äh... Wir verstecken uns in der Pizza! Diese Heidenz-Sieg-Folge, die wir letztens! Ja! 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 Das war lustig! Du musst dich lachen! Ey, was macht der Knopf? Ist das ein neue Geheimgang? I don't know! Ist der nicht mal, wo du bist? Oh, hier ist einfach alles leer! Oh mein Gott! Wo bist du? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zur Hölle! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Ah! Ich hab... Ich hab lags! Soll das irgendwie so ne Art Superspeed-Ding sein? Was zur Hölle? Was? Ist das? Oh mein Gott! Das ist sehr verdächtig! Stopp! 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 Du blitzt Flo! Bist du der Flash! Ich bin Speed Level 3! 80 kmh hier grad! Hä? Hä? 80 kmh? Okay! Okay Flo fährt so schnell! Geldstrafe! Blitzer! Ey! Das ist übel schwer! Ich komm jetzt hier! Oh Lul! Ähm! Ja Dings! Oh Lul! Nein! Ich benutze Enderpen ohne es! Es kommt zu kontrollieren! Okay ganz ruhig! Es ist kein Wolf! Ich hab gleich für sich erst in geheimen Gang! Dann könnt ihr auch es scharf nutzen! Aber ich sag's dir nicht! Weil ich es für mich behalten will! Oh! Tops bei mir! Aber du kriegst mich nicht! Niemand kriegt Flo! Ich hab mal echt'n Spielzeug! Einer LOL! Hecker man! Warte mal! Ist das schönes? Sag oh! Hey Ronja! Schrei mal wenn du Chaos wirklich cool findest! Hahaha! Du bist so dope! Hahaha! Oh mann! Oh mann! Hey Joni! Joni! Geh weg! Ja da war dir schnell drin! Es ist so unfair! What! Oh mann! Ich bin viel zu schnell! Ey! Aber und vor! Wir haben jetzt Tops für mich! Tops für mich und Tops diese komische Minigun! Ja wow! Die Heavy Duty kann man noch so- Ja! Tops! Heavy Duty kann man noch so- Heavy Duty kann man noch so- Nein! Das stimmt gar nicht! Doch das stimmt! Leucht! Ich bin vergiftet, ich bin vergiftet, ich bin vergiftet, ich habe nicht angegriffen, ich schwöre, ich habe nicht angegriffen. Du bist so ein Penner, weißt du? Ich brenne, ich brenne! Wieso brennst du? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich brenne! Ich glaube, ne 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 ne, zwei Theoretien. Entweder, Tops, wir greifen neue Wolf-Items, das heißt es gibt neue Wolf-Items, und ja, ich bin einfach zu schnell gerade unterwegs und ich brenne deswegen. Das kann auch sein. LoL! Was denn? Was sind die Ultras- und was? Wo ist die? Es ist random. Ich habe full Agagon Rüstung. Oh mein Gott! Ja, 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 ja. You've reached Level 2! Plus 5 Speedstar Points! Was? Was zur Hölle hast du da Flo? Ich weiß es nicht! Ich sag sobald wir Flo singen, killen wir ihn. Das ist sehr verdächtig. Was? Wie hast du das überhaupt gefunden, das Ding? Was ist das? Das sag ich dir nicht. Sonst machst du's auch. Hä? Wow, Flo. Ich hab einfach irgendwas gedrückt und dann kam das. Du bist, du bist, du bist der Wolf. Ich weiß definitiv nicht. Ich sag auch. Tops, lass uns Flo töten, sobald wir ihn sehen, okay? Warum? Ey, ey. Immer aufs nach ausgrenzen. Okay. Ich hab ja auch grad nicht dich gesagt. Ich hab ja gesagt Flo. Ich bin der Flash, glaub ich. Kann das sein? Flo hat kein Knopf gedrückt, Flo. Was denn dann? Er hat kein Knopf gedrückt. Was für ein Knopf gedrückt? Tops hat mich angegriffen und ich bin grad ein Slender verloren. Hier ist irgendjemand in der Aragon Rüstung. Ich hab's gar nicht mal zurückgegriffen. Ich bin aber weggeraten. Flo hat eine Rüstung, die man nur einmal kaufen kann. Nein. Hier ist Julian. Okay, Julian komm zur Mitte, okay? Ich kann dich bebeißen. Hier ist Julian. Julian ist beim Spielplatz. Julian? Wo bist du? Er ist beim Spielplatz. Julian, ich schwöre legit wirklich, ich bin's nicht. Du kannst in mein Zimmer kommen und bei mir nachschauen, wenn du willst. Bei mir steht, du bist ein Schaf. Ich hau dich hier. Ich seh Flo, dich dahinten, dahinten ist Flo, dahinten, 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 dahinten. Du sagst, ob ihr mehr vergiftet hat. Julian, komm wirklich in mein Zimmer. Julian, komm mal rüber. Er ist da ruhig gesuscht. Er war Wolfsucher, gute Idee. Ich seh, ich seh, der ist immer nur durch die Gegend speeden. Julian, komm rüber, Special Folge. Ich beschütz dich. Wo bist du? Wo, ey, wo? Achja, ey. Der vorne. Julian, pass auf. Julian, wo bist du? Julian, wo bist du? Julian, wo bist du? Julian, wo bist du? Julian, da bin ich, da bin ich. Warte. Schau, 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 schau. Schau, du bist ein Schaf. Und schau, ich hab hier, ich hab Speed Level. Schau. Ich bin scharf. Was? Wer ist gerade gestorben? Julian ist gerade mit dem Zimmer reinkommen. Julian, weiß ich nicht. Ja, aber der steht gerade, du hörst ja einen Schrei. Was? Wirklich? Entschuldig, jetzt tops. Tops, schieß auf mich, tops, schieß auf mich, tops, schieß auf mich. Es ist tops. Ja, komm, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, Ronja. Genau. Ja. 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 Was ist das? Junge. Ich hab keine Ahnung. Und auf geht hier noch einmal. No, Julian ist ja... Hauptsache, Julian hat immer noch diese verpackte Fähigkeit. Was ist das immer noch? Ey, Alter, was ist das, gell? Julian, du brennst bei mir, Julian, brennst bei mir. Ja, du brennst. Was ist so? Ach stimmt, diese komische Speed. Wo hat man die gekriegt? Also, zeig das mal. Ey, okay, also ich kann's euch zeigen. Aber, ich bin schon nicht Wolf. Warum bin ich nie Wolf? Ey, ich bin dafür. Oh mein Gott. Der ewige Struggle. Ja, hast du auch bekommen? Oh mein Gott, Alter. Warte, Ronja, komm in die Chemiezahlen. Alles lag. Chemie. In Chemie, Chemie. Oh mein Gott, wie das aussieht. Es lag mir, dass zu viele Leute haben. Oh mein Gott. Ey, Ronja, komm mal her. Oh mein Gott. Oh, es laggt echt. Ach ja, da bist du Ronja. Komm mal her. Schreppe hoch. Ey, wie wär das, wenn man macht, dass man sich für ein Steck-Probine kaufen kann, dass man zum Wolf wird? Wow. Und wo ist das jetzt? Hier, hier, hier. Da, warte. Da ist so ein Wolf-Pasta. Ja, drück drauf. Und das, was du kriegst, das musst du essen. Warte. Nee, oh mein Gott. Velocity 9. Ja, und dann hast du's. Ich bin Level 9, aber... Warte. Speed Level... Oh mein Gott! Ah! Ich bin so fast! Oh, da steht... Da steht nicht am Hard-Zahl. Du musst sprinten, sprinten und jumpen. Was ist euer Max? Was ihr... Oh mein Gott. Ich muss rausgehen. Ich muss rausgehen, sonst hab ich nicht genug Platz zum Brennen. Blasch, kann das sein? Ja, ja. Oder? Aber... Aber das hat Nebeneffekte. Oh! Oh nein, ich brenne! Jaja, das meine ich! Das ist voll... Oh, ist so crazy! Was vorhin? War wegen diesem, äh... Item ich und ist verpackt. Oh mein Gott, warte. Der mich? Nee. Alter! Ja, Leute, Wettrennen zum Mond! Auf geht, wer ist dabei? Loh, ich brenne es auf! Alter, hab mich gerade schocken. Huhu! Ähm, okay. Klassenraum hier. So was müsste es in Vanilla-Minecraft geben. Das wäre richtig witzig. Das wäre richtig witzig. Balance, auf jeden Fall. Yo, yo, mei! Oh, hier stop's! Nieu! Oh! Kisten looten wird erschreckend schwierig. Alles leer gelootet. Jetzt ist der Wolf wieder richtig schön im Nachteil, weil... Hauptsache hier versteckt wurde. Jetzt kann niemand den... Rottet schon leer! Was? Oh Gott! Übrigens, aufpasst immer noch. Man darf nicht auf Dings rauftreten. Auf Eisen gibt's so ein Stipp. Oh, okay. Kleine Frame-Einbrüche sehe ich gerade. Ja, ich auch. Das würden zu viele auf einmal das haben hier. Ich glaube schon, weil die wegen diesen... Ich habe Probleme. Und ein Schlagstück. Ich glaube, das hat da Probleme, das zu verarbeiten. Ja, ey, ich will... Okay, Leute. Nächste Folge übrigens, werden wir vielleicht unsere Map hier zeigen. Weil, äh... Der Map-Edwickler arbeitet an einem neuen... An einem neuen Update mit neuen Maps hier. Das ist sowas. Und es gibt, äh... Ab nächster Folge, wenn ich endlich mal Wolf werde... Äh, kann ich euch auch die neuen Wolf weiterbezeigen. Weil es gibt richtig viele neue... Wie Wizard-Klinge, Granaten... Und viele andere Sachen. Alter. Ich könnte auch schon dürfen. Mega geil! Ey, aber pass auf! Wenn euer Effekt aus ist in drei Minuten, dann kriegt ihr alle, äh... Wizard for Life, gell? Ronja, 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 Ronja... Was? Ich habe mich mit Schneebein abgeworfen. Hä? Hä? Ich sehe nur so einen Blitz in der Ferne. Richtig geil! Ach, Ronja, du... Ich bin kein Wolf. Okay, lass... Ich hab Wolfsucht. Ey, 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 ey... Ey, ey, ey... Ey, 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 ey... Wolfsucht. Was, Wolfsucht? Was, Wolfsucht? Hat's irgendwie weit genug? Wer ist Let's Kill Elder? Wer ist Let's Kill... Ach so! Ich bin Let's Kill Elder. Und der Wolfsuchtester ist aktiv, ne? Okay, dann gehen wir rein. Ja, es ist Ronja, 100%. Ich bin nämlich ein Schaf! Aber ich habe jetzt noch mal... Ich habe jetzt noch mehr gegeben. Ronja, Ronja hat irgendwas gehabt, Ronja. Wollt, wir abschließen mit Sohn, mit Sohn. Jetzt ist auch Ronja. Es ist Ronja. Ja. Ach ne. Surprise! Ah! Alter, das... Ich renne weg, ich renne weg! Ich krieg dich nicht! Oh nein, ich brenne! Wir sind alle im Flash! Oh boy! Ronja, wir sind alle geflasht von Ronja! Oh mein Gott! Ey, noch Juni, du bist blau! Juni, du bist blau! Oh nein! Es war echt Let's Kill Elder! Hä? Alle, was... Das ist so wild. Du hast keine Chance, irgendwas zu machen, weil alle zu schnell sind. Oh mein Gott! Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst den Daumen hoch, dann mal einen Kommentar und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ciao! Hope's up. Thorben Tower